eine tenor ukulele eine ohana tk 20 mit einer decke aus massivem hargoni und der restliche korpus ist aus laminiertem hargoni 19 bönde wenn ich mich nicht verzählt habe und eine kopfplatte mit hübschen ohren links und rechts griffbrett ist aus hardwood und es sind aquila seiten drauf so so Musik 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 Jetzt dasselbe Gerät in der etwas tieferen A-Stimmung Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020